Hallo und herzlich willkommen zurück zum hoffentlich letzten Teil vom Baphomets Fluch Teil 1. Ja, es ist soweit. Ich mache jetzt einen etwas längeren Part und versuche das Ding jetzt in diesem Part zu Ende zu spielen. So viel ist es nicht mehr. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal zum Flughafen. Nachdem wir letztes Mal noch beschlossen haben, den Kommunionskelch nach Spanien zurückzubringen, fliegen wir da jetzt erstmal hin. Ich hatte den Kelch sowieso zurückbringen wollen, aber ich hätte nie erwartet, dass mich meine Spur hierher zurückführen würde. Die Villa de Vascancellos liegt so malerisch da wie eh und je. Nee, das Wetter ist noch immer gut. Und Lopez springt noch immer den verdammten Rasen. Ich fange an zu glauben, dass er chirurgisch an dem Ding befestigt worden ist. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Senor Stobart, wie schön Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut? Prima, danke. Ist die Gräfin da? Sie wartet auf Sie. Ich bringe Sie rauf. Ist schon gut, ich kenne den Weg. Senor Stobart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt. Sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Prottsack verfallen. Dem was? Ich habe keine Ahnung, was er da gerade gesagt hat. Aber es klang nicht so wirklich schön. Na, dann wollen wir mal mit der Gräfin Smalltalk betreiben. Also, ja, und hoch da. Ach, Senor Stobart, was für eine Freude. Bitte, setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Rechtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Ja, ich glaube, davon ist sie weit entfernt, noch einmal jung zu sein. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen, Senor Stobart. Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcellos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich! Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ja, ich glaube, sie musste auch relativ schnell hin, weil sie nicht mehr allzu viel Zeit auf diesem Planeten verbringen könnte. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hierbleiben. Ja, und ich werde jetzt gehen. Also wer immer sich einen Elchkopf und einen Hyänenkopf an die Wand hängt, hat irgendwie leicht einen an der Klatsche, würde ich mal behaupten. Also ich würde es mir nicht dahin hängen. Ich finde das ein bisschen ekelhaft. Ich würde mir auch sonst eigentlich keine ausgestopften Tiere irgendwo hinstellen. Also das ist einfach nicht meins. Vielleicht ein Wikinger-Helm, weil da Hörner dran sind, aber wenn da der Tierkopf noch dran hängt, nee. Lieber nicht. War auch schön. Mausoleum mit Blick aufs Meer. Das ist eine Wohnung, ja gut, das Mausoleum ist keine Wohnung, aber das ist ein Anwesen, was mir wohl wirklich gefallen würde. So, da haben wir ja eine Bibel, die können wir am besten eben mitnehmen. Dann können wir nämlich auch gleich irgendwie mal gucken, dass wir die Bibelstellen da irgendwie aufgelöst kriegen. Ach nee, Quatsch. Ich wollte das Fenster zumachen. Und jetzt können wir das Taschentuch dran hängen. Das ist nämlich, dass wir jetzt mit dem Taschentuch an diesem Stock an die Kerze gehen können und dann oben die Was macht der denn jetzt? Ach George, du kleiner Dussel. Du sollst das Taschentuch an den Stock machen und dann mit dem Stock und dem Taschentuch Feuer entzünden. Na toll, man klickt auf die linke Kerze und er zündet es an der rechten an. Und wenn man auf die rechte Kerze klickt, dann stellt er den Stock wieder weg. Was ein Idiot. Und schwupps, man sieht ja, da ist in der Kerze was drin. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Dann sind wir doch mal gespannt, was dieser Schlüssel nachher aufschließt. Und ich glaube, wir sollten mal zurück zur Gräfin gehen und ihr davon erzählen und ihr dann diesen Figur-Schlüssel zeigen. So. Einmal wieder Richtung Haus. Oh, wir könnten auch eben Lopez fragen, ob der was drüber weiß. Vielleicht auch, wäre vielleicht auch eine Idee. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, wie kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie die Geschichte von dem verschwundenen Kech? Man ging allgemein davon aus, dass die Herrscher der Inquisition ihn gestohlen haben, als sie in Abwesenheit von Don Carlos in dessen Haus eindrangen. Natürlich haben die alles geleugnet, genau wie sie leugneten, die Kinder verschleppt zu haben. Und ebenso natürlich glaubte Ihnen niemand. Aber Sie haben doch die Wahrheit gesagt. Der Kelch war gut vor Ihnen versteckt worden. Und Sie glauben nicht, dass Sie auch in Bezug auf die Kinder die Wahrheit gesagt haben? Madre Dios! Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber was ist dann mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Wenn die Inquisition Sie nicht mitgenommen hat, wer dann? Sie müssen mit meiner Herrin darüber sprechen. Verlassen Sie sich drauf. Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die Devascocellos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Aha. Diese Bibel ist auf Spanisch. Sie? Ich hätte eher Latein erwartet. Seien Sie vorsichtig damit. Das war ein Geschenk für meine Herrin von einem alten Freund. Er starb vor langer Zeit. Und das Buch ist Ihr einziges Andenken an ihn. Okay, ich packe es mit Samthandschuhen an. Oh Mann. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Dann wollen wir die Gräfin doch mal fragen, was sie zu den beiden Gegenständen meint. Und lassen Lopez dann in Ruhe weiter seinen Rasen sprengen. Der müsste eigentlich schon knöcheltief im Wasser stehen. Aber naja. Soll nicht mein Problem sein. Hallo noch mal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger. Mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht so hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay. Johannes 4, 11. Johannes 4, 11. Hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen? Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen. Senjus Toppat. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Loppes ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Gut, dann wollen wir das doch mal eben flugs tun. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Vielleicht weiß Loppes als die gute Seele des Hauses ja doch ein bisschen was über die Vorgeschichte des Anwesens. Aber vorher nehmen wir den Spiegel da mit. Warum seht ihr später? Man könnte ihn auch später mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, jetzt wo ich schon mal da bin, dann kann ich ihn genauso gut eben mitnehmen. So, wo haben wir den guten Loppes? Da. Hallo Loppes, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Mit Aussagen über den Brunnen. Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der Devasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor, das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay. Wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle. Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Nun, nur Momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrau. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Oh, Mann. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Dann gehen wir mal auf die Suche nach einem Haselnussstrauch. Wobei ich da nicht lange suchen muss. Ich weiß ja, wo er steht. Mit dieses formstünde Gerät hier in der Ecke. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Und schon haben wir das Y-Stück im Inventar. Damit können wir nämlich Lopez jetzt auf die Reise schicken, dass er uns unseren Brunnen sucht. Damit das Rätsel weiter gelüftet wird. Hallo, Lopez. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Das weißt du doch ganz genau. So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y-Fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkommanichts gefunden haben. Ich bezweifle nur, dass das funktioniert. Vor allem, dass es schnell funktioniert. Ach ja, was macht er denn da? Spielt Lopez etwa? Tatsache. Senor Stobart, Sie, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden. Da steht noch Wasser drin. Das muss die Münchelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuche es nochmal. Lupes wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da melkt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Oh Mann. Ich hätte da runterfallen können. Ja, dann hättest du aber auch gewusst, dass da ein Brunnen ist. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ja, ich nicht. Ich werde gleich nur mal eben kurz speichern, weil das wieder so eine Stelle ist, die ein bisschen tricky ist. Da muss man ziemlich schnell sein und kann dabei auch drauf gehen. Deswegen werde ich das mal eben schnell speichern. Wegfahrtsch, den Namen mit schon. Sind wir so. Das muss man nämlich hier den Löwenkopf untersuchen. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ja, dann benutzen. Ich und ich weiß. Geschafft. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart, sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mehr als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ja, ich wollte es beim ersten Mal gleich schaffen. Deswegen habe ich auch ein oder zwei Dialogzeilen weggeklickt. Weil ich halt nicht wusste, wann genau ich den Mauszeiger wieder sehe und dann halt mich bewegen kann. So. Wie wir hier sehen, ist das ja alles ein bisschen dunkel. Deswegen habe ich auch den Spiegel mitgenommen. Den können wir nämlich jetzt mit dem Sonnenlicht benutzen und dann da reinscheinen. Wenn George dann kapiert, was ich von ihm will. Da, in der Mitte der Türe, kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Jetzt weiß er nämlich, was da ist und muss dann nicht mehr im Dunkeln rumtasten und steht dann wieder ich kann nichts sehen, ich kann nichts sehen. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung, so glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie. Eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Ja, dann mach das Ding doch einfach auf. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie. Eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Jetzt weiß ich auch wieder, jetzt müssen wir ja den Schlüssel in das Schloss einsetzen. Da habe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, tut mir leid. Sesam, öffne dich. Noch eine Geheimtür. Ja, aber rein da. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Ja, dann mach viel Spaß im Garten. Beziehungsweise jetzt wieder nach Paris. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfosson. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Caesar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Caesar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoia. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Börn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George. Und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchen? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel in Bannockburn in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Auf nach Schottland. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Attacke nach Bannockburn. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja. Und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hier hin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein als hier bei dir. Ach, wie süß. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madam. Verzeihen Sie. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um Viertel vor sechs. Aber wir haben schon acht Minuten Verspätung. Oha. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja. Zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Äh, nein. Ich vermute, Espressobars und Boogie Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Hell yeah. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh, ja. Und ich weiß genau, warum ihr da hin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Och, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Oh, Mann. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Rumänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wenn es ein paar Jahre nicht mehr gedruckt ist, warum kauft man das dann am Bahnhof? Also, normalerweise sind das nur Neuerscheinungen. Also, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly P. Graham. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau. Aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel P. Graham. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Echt? Ist er das? Ach ja. Ich glaube, George sollte sich mal ein bisschen die Beine vertreten. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich, Gottlob, nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preisel zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogellady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Papps und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Kannst du nicht mal still sitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Also dann muss man wirklich schon verdammt hungrig sein, um englisches Essen zu vertilgen. Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Macker, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich hast du mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffer die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Oha, dann nichts wie zurück nach Nico gucken. Nicht, dass der da irgendwelche komischen Sachen anstellt. Da ist der Nachbarnwaggon. Das muss zu unserem Abteil sein. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Oha. Gute Frage. Gehen wir doch einfach mal da rein. Vielleicht hat der Mensch ja was gesehen. Der pennt. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Er schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab mich gar nicht gemerkt. O-M-G. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel. Kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Ja, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit. Weißt du? Nein, sie ist entführt worden. Da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Bäscher bist. Wir sind Veteranen. Wir waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in sich... Sicherheit. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Ja, und gibt Haare auf der Brust wie Jack. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Oh, Mann. Bis später. So. Links steht Guido. Rechts ist der Zug zu Ende. Also gehen wir einfach mal raus. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich habe nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. So, eben schnell abspeichern. Jetzt kommt nämlich wieder eine Passage, in der man eventuell drauf gehen könnte. Wenn man nicht schnell genug ist. Und dann muss ich nicht das Ganze nochmal spielen. Warte, Freundchen. Ich helfe dir. Ups. Jetzt sind wir auf dem Zugdach und ich würde vorschlagen, wir gehen mal nach da. Ich helfe dir. Was ist denn hier los? Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobber. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe. Aber eine, mit der unsere Feinde ihre Liebe not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolay. Älter als Salomon. Wir werden Sie aufhalten. Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninjans hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Ah, ja. Wie sind Sie vom Bullshed entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bullshed zum Dorf, Dobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Außerdem habe ich eine Schwester, die dort direkt um die Ecke eine Tankstelle betreibt. Das ist nicht verkehrt. Möge Allah Sie führen. Zu Ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Das ist doof. Na, dann wollen wir erstmal Nico befreien. Nico sieht verdammt gut aus. Sogar in Seilen. Der Hinterausgang ist versperrt und verschlossen. Du sollst ja auch Nico losmachen. Denk gar nicht erst dran, George. Was? Wer? Schau mir direkt in die Augen und dann sag mir, dass du nicht gerade daran gedacht hast, diese Axt bei Eklund anzuwenden. Sei doch nicht so naiv, Frau. Ich wollte sie bei dir anwenden. Ich will Nico ja losmachen. Nico sieht verdammt gut aus. Sogar in Seilen. Hallo? Wieso darf ich das nicht? Der Hinterausgang ist versperrt und verschlossen. Äh, b... Mir fällt keine einzige Möglichkeit ein, wozu ein Feuerlöscher ohne ein prasselndes Feuerchen zu gebrauchen wäre. Haben wir denn vielleicht irgendwas übersehen hier? Irgendwo unter dem Haufen zusammengestürzter Kisten ist Eklund. Ich habe nicht vor, ihm daraus zu helfen. Ich will ja Nico losmachen. Nico sieht verdammt gut aus. Sogar in Seilen. Ah, verdammte Axt. Hey, was glaubst du, wo du hingehst? Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbert. Mache ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Um dich zu küssen, stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Ja. Also, raus da. Wo sind wir denn hier gelandet? Irgendwo mitten in der Pampa. Grabsteine. Verwitterte Bäume. Ah, eine Kirchenruine. Wie auch immer George die jetzt gefunden hat. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihm damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Wie jung, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, George. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastik Sprengstoff. Zwei Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichholzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des Englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George. Dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Ja, dann geh doch einfach in den Turm rein. Wenn da schon keine Tür vor ist. Ja, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Schön kaputt. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Yay! Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Na, die liegt ja auch schon ein paar Tage länger. Vergrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Liegt da noch was drin? Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Okay, das hat er jetzt, glaube ich, gar nichts zu suchen. Ich finde hier nichts. Was ist das denn da Schönes? Bei genauerer Untersuchung kommt mir an diesem Gesicht etwas komisch vor. Es ist eine geschickte Illusion. Egal wo ich stehe, die Augen scheinen mich niemals anzusehen. Der Grund ist einfach. Der Dämon hat gar keine Augen. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen was, was man da wohl reinstecken könnte. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Also muss da wohl irgendwie was dran sein, dass das so muss. Ich schiebe die Kappe des Stifts in den Mund und sie verschwindet irgendwo tief im Inneren der Statue. Ist wahrscheinlich direkt in die Füllfederhalterhöhle gefahren. Ich glaube, da habe ich gerade irgendwie was falsch gemacht. Aber eigentlich muss das alles drei da in diese Statue rein. Das Rad dreht sich ganz leicht, aber nichts passiert. Ach ja. Irgendwas habe ich da glaube ich gerade falsch gemacht. Scheiße. Mit der Tonpfeife im Mund sieht er glücklich aus. Häuslich, wie der Großvater von irgendwen. Was tust du da, George? Ich habe mich gefragt, ob im Mund des Dämonen ein geheimer Mechanismus steckt. Vielleicht solltest du etwas mehr Respekt davor haben. Vor einem mythischen mittelalterlichen Dämonen? Nun mach mal halblang. Okay, mach ruhig so weiter. Spiel mit Mächten rum, von denen du nichts verstehst. Zieh dir den Zorn des Dämonen zu und verbrenne in der Hölle. Und frag mich doch mal, wie egal mir das ist. Hm. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Verdammt. Der Griff ist abgebrochen. Oh, George. So ist hier so alles kaputt. Irgendwie muss das hier noch gehen. Verdammt. Wie war das noch? Verdammt noch mal. Habe ich mich da jetzt so vertan? Scheiße, nee. Hm. Ich muss mal kurz überlegen. Warte mal. Wir haben ja hier eine Münze. Irgendwie brauchen wir noch ein zweites Zahnrad. Was ist denn, wenn wir da jetzt den tun? Nee, Moment. Vielleicht so? Ach, nö. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Verdammt noch mal. Ähm. Das ist keine gute Idee. Kann man das denn nicht? Hm. Vielleicht doch nicht. Verdammt. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich einen Fehler gemacht. Hätte wahrscheinlich die... Ach, meine Güte. Das Rad hat einen gezackten Rand, der beim Drehen in das Zahnrad greift. Scheuerstellen an der Achse hinter dem Rad zeigen, dass hier früher mal ein Seil befestigt war. Ah. Ah. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ah, ich bin doch ja so doof. Und mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Ja, dann können wir nämlich jetzt hier mal so ein bisschen rumkurbeln. Ich schiebe den Griff in den Mund des Dämonen. Die Zahnräder greifen alle ineinander. Ah. Dann habe ich doch nicht so einen großen Bockmist gebaut. Yay. Ich bin gar nicht so doof, wie ich manchmal so tue. So, und vor dem großen Finale speichere ich nochmal ab, weil es da auch wieder eine Szene gibt, in der man sterben kann, wenn man nicht schnell genug ist. Und dann habe ich zumindest schon mal diese blöde Tür auf. beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir einfach mal nach dem Weg folgen und mal schauen, ob die wirklich schon irgendwo da rumlaufen. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir dann noch? Psch, kleiner Perversling. Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet. Lobinot hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort, das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau, hat sich als Muster angehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet. Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor sieben Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wieder unsere Feinde. Wenn das müde Jahrtausend stirbt und diese Welt nach neuen Anführern sucht, werden wir sie nicht im Stich lassen. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteser Kreuz, der Templer. Malteser Eingang und die Malteser es in der Tüge von Baphomet und die Malteser und die Malteser in der Tüge Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George. George, treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pekrim und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. Drei Männer sind tot und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach, George. Ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Cella Guerre. Eklund. Töten Sie ihn. Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch. Tötet sie. Sie werden uns nicht entkommen. Sind Sie nichts verschwunden? So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Komm schon, Nico. Wir hauen ab. Ihr Narren. Ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt Sie auf. Aber meiste, das Pulver. Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg. Und zwar aus dem Englischen, du Idiot. Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei. Aber Nico hat noch ein Ast im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastik-Sprengstoffe. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Oh, Himmel. Oh, Himmel. Weißt du, jetzt kannst du deine Geschichte nie fertig schreiben. Ist mir egal. Ich habe schon, was ich wollte. Hä? Sag mir nur eins, George. Wird unser gemeinsames Leben immer so verrückt sein? So, liebe Freunde, das war das erste Let's Play, was ich in Gänze gemacht habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit einem meiner Lieblingsspiele. Das war mir einfach ein Bedürfnis, euch das mal vorzustellen, euch das Spiel mal komplett zu zeigen. Wie gesagt, ich habe es in meinem ganzen Leben, ich glaube, jetzt schon, das ist, glaube ich, das 21. Mal, dass ich es durchspiele. Ja, was bleibt mir in diesem Sinne noch zu sagen? Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und freut euch gedauert, wie ich, auf die Projekte, die noch kommen werden. Was genau kommen wird, da werde ich noch ein Kanal-Update zu machen. Beziehungsweise, mir nochmal genauere Gedanken drüber machen. Also, ich habe schon ein Kanal-Update gemacht. Und was bis heute das Video schon gemacht. Bin mir aber da noch nicht so ganz sicher, in welcher Reihenfolge die ganzen Sachen kommen. Aber, naja, das kriegen wir auch schon irgendwie auf die Reihe. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt wieder. Und, ja, dann verabschiedet sich der Treckerfahrer jetzt mal von euch. Und, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020